Bei ihrer Einführung 1960 galt die Antibabypille als Revolution. Heute gerät sie eher wegen ihrer Nebenwirkungen in die Schlagzeilen. Auf der Suche nach Alternativen zur Pille rückt Computertechnologie immer mehr in den Fokus. Unternehmen wie das Start-up Clou aus Berlin versprechen mehr Kontrolle über den Zyklus ohne Eingriffe in den Hormonhaushalt. Mit dem Smartphone als Verhütungsmittel der Zukunft ist Gründerin Ida Tinn überzeugt. Ich dachte mir, es muss möglich sein, ein digitales Hilfsmittel für die reproduktive Gesundheit zu schaffen. Also nahm ich die Patentdatenbanken mal genauer unter die Lupe, um zu sehen, welche Neuerungen es in diesem Bereich gab. Bei allen Ideen ging es aber immer noch darum, Hormone in den Körper zu injizieren. Ich dachte dann nur, wenn ich nur genau wüsste, wo ich mich in meinem Zyklus befinde, dann wüsste ich auch, wann ich keinen ungeschützten Sex haben darf. Ob Stimmungsschwankungen, Heißhunger oder sprödes Haar. Die Nutzerinnen können etliche Alltagsbeobachtungen in die App eingeben. Diese erstellt dann anhand der Daten eine Prognose über den Verlauf des Zyklus. Je mehr Daten gespeichert werden, desto sicherer kann die Frau ihre fruchtbaren Tage im Monat eingrenzen. So wie die Schülerin Sandra, die Clou bereits benutzt. Dadurch, dass man die kompletten Zyklen sieht, hat man eine totale Kontrolle darüber, wie der Zyklus ausschaut. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nicht verhütet hat oder so, dann schaut man ja auf die App und weiß, okay, ich habe jetzt eigentlich keine fruchtbaren Tage und dadurch hat man auch eine Sicherheit. Gespräche über Menstruation und Zyklen waren bisher alles andere als salontauglich und wurden oft als reines Frauenproblem abgestempelt. Idatin glaubt, dass Verhütungs-Apps helfen können, offener über dieses Thema zu sprechen. Und nicht selten hat der eigene Partner Nachhilfebedarf in Zyklusfragen. Eine Sache, die mich echt überrascht hat, war, wie viele Männer die App runterladen, um zu schauen, was mit ihren Partnerinnen so los ist. Das zeigt mir, dass der Zyklus auch ein sehr zentraler Teil ihres Lebens ist. Männer beginnen zu verstehen, warum ihre Partnerinnen gerade Stimmungsschwankungen, Schmerzen, Empfängnisprobleme oder Sonstiges haben. Doch bei aller Euphorie hat die Sache auch einen Haken. Die Daten, die durch Apps wie Clue gesammelt werden, basieren komplett auf dem subjektiven Empfinden der Nutzerinnen. Wirkliche Sicherheit kann so nicht gewährleistet werden. Deshalb geht das Unternehmen Sense Medical aus Leipzig einen anderen Weg, arbeitet an einer objektiven Methode zur Datenerhebung. Das Ergebnis? Der Ovularring. Ein Biosensor, den die Nutzerinnen 24 Stunden am Tag vaginal tragen. Bis zu 285 Mal am Tag misst er dort die Temperatur der Frau. Die so gewonnenen Daten wertet eine Software anhand der sogenannten Basaltemperaturmethode aus und erstellt daraus eine Prognose über den Zyklus der Nutzerinnen. Der Vorteil, sowohl das Gerät als auch die Methode ist medizinisch überprüft. Eine Interpretation der Daten durch die Nutzerin ist nicht nötig. Im Endeffekt ist es weltweit einmalig, dass in dieser Kontinuität Zyklusdaten von der Frau erhoben werden. Aber da gibt es natürlich im Detail auch ganz spannende Forschungsansätze, dass man da möglicherweise auch noch andere Komplikationen und noch andere Krankheiten mit dieser Körperkerntemperaturmessung effektiver und individueller diagnostizieren kann. Zum ersten Mal ist es so möglich, den Zyklus der Frau komplett zu erfassen. Und ganz nebenbei liefert der Ovularring auch Daten für die Forschung. Allerdings, bislang richtet sich der Ovularring nur an Frauen, die schwanger werden wollen. Als Detektor der fruchtbaren Tage. Als Verhütungsmittel ist der Biosensor nicht konzipiert. Ovularring wird nie ein Verhütungsmittel per se sein. Es ist halt eine Unterstützung zur Verhütung, weil wir den Frauen sagen, wann sie quasi verhüten müssten. Und das einfachste Verhütungsmittel wäre dann Abstinenz. Und genau hier liegt natürlich der große Unsicherheitsfaktor dieser neuen Methoden. In der Selbstdisziplin. Trotzdem sind Zyklus-Apps und Biosensoren die wohl wichtigsten Innovationen zur Empfängnisverhütung seit der Pille. Die Entwickler sind sich einig, dass digitale Methoden korrekt angewendet bald genauso sicher sein können wie die Pille. Eines werden die Apps allerdings auch in Zukunft nicht können. Durch Barrieren auch an den fruchtbaren Tagen vor Schwangerschaft schützen. Biosensoren. Biosensoren. Biosensoren.